Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Islam Dulatov hat am Wochenende gegen die Nummer 9 bei Octagon und gegen die Nummer 1 in Griechenland im Weltteilgewicht gekämpft, hat diesen Kampf erfolgreich bestritten und letztendlich per KO oder TKO Referee Stoppage in der ersten Runde, in den letzten Sekunden der ersten Runde, gefinished. Sehr viele Leute sind auf ihn aufmerksam geworden, haben ihm endlich die Anerkennung gezeugt, die ihm Leute, die wirklich an ihn geglaubt haben, schon jahrelang gegeben haben. Jetzt ist er aber auf der großen Bühne wirklich angekommen und wird von allen als Top-Level-Fighter in Deutschland respektiert. Ich freue mich sehr, Hamza Cimalf, der ebenfalls der gleiche Landsmann wie Islam Dulatov, Tschetschene ist, hat darauf reagiert, hat sich den Kampf und den Finish von Islam Dulatov angesehen und mit einer interessanten Nachricht reagiert. Lasst hier unbedingt auch mal gerne ein Like und ein Abo da, weil 75% der neuen Zuschauer auf meinem Kanal mich noch nicht abonniert haben. Fast eine Million einzelne Zuschauer diesen Monat. Lasst hier auf jeden Fall gerne mal ein Abo da, supportet mich und seid immer auf dem neuesten Stand, Freunde. Darüber hinaus sehen wir auch, dass Hamza Cimalf ganz taundeutig von den Leuten die Antwort bekommt. Ey, hol bitte Islam Dulatov in die UFC. Hamza, sorg dafür. Ich denke, Islam ist auf jeden Fall auf einem guten Weg und wenn er schon solche Kontakte hat, die natürlich auch privat kommunizieren, dann kann das nur ein guter Weg sein, den er da gerade geht. Hamza Cimalf selbst auf der anderen Seite, da gab es Berichte, dass er möglicherweise bei der UFC 300 während des Ramadans im April kämpfen wird. Hamza Cimalf hat hier aber ganz klar und deutlich das Angebot abgelehnt, beziehungsweise gesagt, dass er während des Ramadan-Monats nicht kämpfen wird und sagte, dass der Kampf gegen Leon Edwards nicht zustande kommt. Ja, so viele hatten das Gerücht in die Welt gesetzt, dass Hamza Cimalf gegen Leon Edwards jetzt möglicherweise kämpft um den Weltergewichtstitel, obwohl er ja die Gewichtstaste offiziell hochgegangen ist. Natürlich könnte er aber trotzdem noch im Weltergewicht kämpfen, wäre immer noch interessant. Aber die UFC möchte Hamza eher im Mittelgewicht. Er sagte, egal ob Edwards oder Duplessis, ich bin bereit jederzeit, aber bei der UFC 300 kämpfe ich nicht, weil das während des Monats Ramadan ist. Finde ich persönlich extrem schade, jetzt kann man aber nochmal ein bisschen eingrenzen, was das Main Event der UFC 300 sein könnte. Ich tende hier ganz klar und deutlich zu Adesanya gegen Pereira 3 oder Adesanya gegen Duplessis. Das wird vermutlich das Match sein, weil Adesanya in der Vorbereitung ist. Viele haben gehofft, dass Hamza noch kämpft und das rettet. Ob jetzt Adesanya gegen Duplessis ein UFC 300 Event ist, Main Event vor allem, weiß ich nicht. Schreibt mir auch immer dazu gerne mal in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Was denkt ihr über das Ganze? Was sagt ihr zu Islam Dullatovs Performance? Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May.